Ich soll hier vor euch ein bisschen rumgreifen. Okay, das ist Anti-Atom Günther. Günther, singen wir ein schönes Lied zusammen. Hast du da Bock drauf? Düdü. Eins, eins. Warte, umkauft, nein, danke. Macht noch mal neu. Dankeschön. Die Zeit ist reif, wir müssen reden. Das Klima wird's uns sonst nicht vergeben. Doch du willst nichts von Kernkraft hören, oder? Kernkraft? Nein, danke. Die Bewegung ist neu, ihr Zeichen ist U. Es muss sich was ändern, vielleicht bist das Du. Das Klima braucht ne Antwort, sie lautet Kernkraft. Nein. Nein, ganz sicher nicht. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Doch Baby, wir waren hier schon mal, wir haben gestritten, wir hatten die Wahl. Die Kohle erschien uns als das kleinere Übel. Na, jetzt noch muss die Erneuerung ausbauen müssen. Die Kohle bis St. Himmelein, das kann's doch wohl nun echt nicht sein. Millionen Luftverschmutzungstote jährlich. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Nuklear. Atomkraft? Nein, danke. Wir sagten es alle. Das Meer steigt, Inseln sitzen in der Falle. Doch du gibst einen Scheiß auf die Fidschis, oder? La, 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 la. Die Entscheidung scheint ach so beschwerlich. Alles fürs Klima oder doch nicht ehrlich? Wind und Sonne, Strom sparen und Atomkraft. Atomkraft? Nein, danke. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Ja, wir müssen doch nur alle zu Ökostromanbietern wechseln. Das ist doch alles ganz einfach. Ja, und wo kommt dann nachts bei Windstille dein Strom her? Nuss Batterien, hab ne Batterie. Glaubst du echt? Na dann hör mal gut zu. Ein Feuerchen ist halt leider einfach billiger. Die größte Batterie der Welt, Kalifornien hat sie bestellt. Neckar Westheim lädt sie auf in der knappen Stunde. Na ja, wir müssen uns einfach mehr anstrengen. Ja, es ist nachts bei Sekunden. Wälder brennen in Kohlekraftwerken, weil wir dies als nachhaltig werten. Und alles wegen unserer Strahlenast. So ein Quatsch! Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Atomkraft ist von gestern, das gibt's nicht mehr. Und teuer ist es auch. Die Technik ist jetzt ausgereift. Es wäre gut, wenn ihr das begreift. Nüchtern verglichen war sie schon immer sehr gut. Die Unfälle haben uns alle erschreckt, inzwischen hat die Wissenschaft entdeckt. Kernkraft etwa so tödlich wie Wind und Solar. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Hallo Nuklear, hallo Nuklear.